Guten Tag, Malzett und Hallo, hier ist der Silencer, willkommen zum Newsflash, heute am Samstag vom, weiß ich nicht, was haben wir heute eigentlich für ein Datum, werde ich ja nachher sehen. Auf jeden Fall, 19 Sekunden Newsflash, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, oh jetzt fällt mir hier schon ein Zettel runter, ich biete euch in 90 Sekunden ganz schnell Gaming News an, präsentiert ihn witzigerweise, ich muss mal kurz meine IO suchen, meine IO, wo ist meine IO, hier. Hier ist meine IO, 90 Sekunden, so, ohne große Umschweifung jetzt zu tätigen, werde ich direkt anfangen, ihr wollt ja hören und sehen und alles, was ich hier so mache. Okay, was nehmen wir denn zuerst, was nehmen wir denn zuerst, was nehmen wir denn zuerst, nein, 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 das ist doof, das ist... Hier, vielleicht das hier, okay, also, 90 Sekunden, Newsflash. Und... Neu-Ankündigungen. Im Online-Shop von Steam findet ab der Zeit eine große Indie-Frühlingsaktion statt. Dabei gibt es zahlreiche Indie-Hits, wie zum Beispiel Legend of Grimrock oder The Binding of Isaac zum Angebotspreis. Oh nein, mein Portmoney wird wieder bluten. Das Entwickler-Schuhgum Mojang veröffentlicht am 21. März einen neuen Patch für Minecraft. Das Upgrade ist in der Pre-Release-Fassung bereits verfügbar, behebt einige Fehler und soll die Performance verbessern. So, äh, eieieiei, das ist jetzt. Vor wenigen Tagen ist das Scharpschützen-Shooter Sniper Ghost Warrior 2 erschienen. Allerdings ohne das eins geplante Feature-Gegner durch gezielte Schüsse die Gliedmaßen abzutrennen. Dieses DLC wird nicht mehr, ich betone, nicht mehr kommen. Tja, schade. Eigentlich aber das Game ist, glaube ich, sowieso nicht so gut, ne? Anne hat es bewiesen. Das Echtzeit-Strategie-Spiel StarCraft 2 Heart of the Swarm. Äh, der kürzlich erschienene zweite Teil der Star Wars 2 Trilogie hat sich in 48 Stunden 1,1 Millionen Mal verkauft. Wow. Weiß nicht, ist das viel? Oh nein! 90 Sekunden schon um. Nein, 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 nein. Ich hatte noch vier Zettel. Ich hab doch noch vier Zettel. Mann, 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 Mann. Was hab ich denn hier noch? Ähm. Äh, blablabla, blablabla. Nö. Weg. Ja, das ist hier gut. Ähm, da wollte ich nämlich auch noch eine Meinung zu sagen. Äh, 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 das, das, das. Nee, alles weg. Brauchen wir nicht. Also. Wim. Wir haben bei Valve, der Online-Spielekauf-Plattform, äh, äh, die haben jetzt so einen, äh, neuen Dienst ins Leben gerufen. Und zwar Early Access Games. Ähm, das ist, eigentlich treffen die da den Zahn der Zeit. Und zwar, es hat sich nämlich seit Minecraft ein bisschen in der Spielebranche so etabliert. Was heißt etabliert? Noch nicht. Aber es kommt immer mehr, dass halt Spiele, die noch nicht fertig released sind, noch keinen Gold-Status haben, dass sie schon mal rauskommen. Man kann die mit einem kleinen Geld kaufen und die werden dann immer weiter verbessert. Und man quasi, man kommt mit dem Spiel mit. Man wird es erfahren, wie es sich weiter entwickelt. Und man bezieht, oder man entwickelt eine Beziehung zu dem Spiel. Und das hat Minecraft halt super gemacht, weil die das immer neu geupdatet haben. War Z hat das auch versucht. Ist ein bisschen dran gescheitert. Leider, jetzt, die kriegen ja jetzt gerade so ein paar Updates, aber ist egal. Auf jeden Fall, äh, Valve sind echt, die sind echt geschickt so, ne. Ähm, machen jetzt quasi so einen, so einen Bereich, wo man sich dann diese Spiele kaufen kann. Zum Beispiel jetzt nämlich Arma 3. Arma 3 ist jetzt als Alpha rausgekommen. Ähm, man mag davon halten, was man will, aber es ist trotzdem geschickt, weil sie sagen, hey, wir sind jetzt in der Alpha, ist alles nur voll rudimentär. Ihr könnt euch das schon mal kaufen. Und dann, ähm, ja, gebt uns doch Feedback, was ihr haben wollt. Eigentlich total geil. Und genau so stelle ich mir das im Endeffekt auch immer vor, weil wenn man sich manche Spiele anguckt, ne, und man denkt sich, hey, die sind durch die Alpha und Beta gegangen. Und wer, mein Gott, wer hat das denn getestet? Und wer hat das denn abgesegnet? Das sind jetzt, ist diese Version dieses Marketings eigentlich schon sehr geil. Wie gesagt, man kann davon halten, was man will, weil die kriegen natürlich sehr, sehr früh Geld schon für eine Leistung, die sie noch nicht erbracht haben. Das muss man auch mal so sehen, ja. Ähm, und, ähm, Bei Arma 3 ist es aber so, wenn jeder, der Arma 2 gespielt hat, weiß, als das rausgekommen ist, war das wirklich eine nur bessere Alpha-Version. So. Vielleicht angekratzt Beta. Ansonsten, das war, das war so schlecht. Also, es war wirklich so schlecht damals, ne. Und ich hab Arma 1, ich hab Arma 2 gespielt, Operation Flashpoint davor. Und da sind einfach so viele Fehler in dieser Engine gewesen, die schon immer da drin waren. Und bei Arma 3 sehe ich das jetzt genauso. Deswegen ist es jetzt immer so eine Sache, es ist ja schön und gut, dass sie das Alpha nennen, aber so Kritikpunkte, die ich zum Beispiel hätte, KI, Gameplay, ein bisschen Animation und so generelle, ähm, ein bisschen Bedienung und so, das sind so Sachen, die werden sie nie ändern. Das ist schon seit Operation Flashpoint so, oder schon seit Arma 1 so, das werden sie nie ändern. Deswegen ist das so mit diesem Pre-Release oder bei diesen Alpha-Beta-Zugängen ist das so eine Sache. Äh, inwieweit haben wir denn wirklich darauf Einfluss, ja. Aber trotzdem, ich find das gut, dass Valve da, ähm, so ein bisschen mit reingeht, sagt, ey, ihr könnt das da anbieten für einen reduzierten Preis und man kann sich das dann auch als Kunde anschauen, hey, welche Games kann ich mir denn anschauen? Ähnlich so ein bisschen so wie bei Kickstarter. Oder dass man sagt, ich unterstütze schon mal ein Spiel, was in der Aufbaufase ist, ne. Finde ich eigentlich ganz schön, ne. Ist so am Zahn der Zeit. So, das war's jetzt aber auch schon. Ich hab genug gelabert. Möchtet ihr mal meine Stimmpfeife hören? Okay. Äh, äh, okay. So, das war's. Ich wünsch euch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, kommentiert bitte das Video. Drückt auf Liken, also das mit dem Daumen hoch. Nicht runter. Ne, runter gibt's, glaub ich, nicht. Nur bei den Comments und bei Gamestar gibt's, glaub ich, immer runter. Gut, ich wünsche was. Macht's gut. Silencer, bis zum nächsten Mal. Untertitelung. Untertitelung. Untertitelung.